So, meine Damen und Herren, dann machen wir auch Mech-Party oder Teil 4 in Mission 4 weiter. Ja, ich konnte euch gerade irgendwas interagieren, was wir gerade ausschalten. Töte, dass ich damit direkten oder indirekten Panzerfreck-Explosion, okay. So, ein Zauberter kann ich jetzt entweder den Schaden oder die Kontrolle erhöhen, mache ich da einmal kurz den Schaden, was das erhöht, die Reichweite des Lichtbogens. Okay. Es ist so eine Erhöhung des Schadens, den Befreunde in WCs anrichten. Okay... Oh, ja, das ist nicht. Oh... want ... ... ... ... Ist das, wie das da noch steht? Ja, und jedes Mal ist immer dieses Pissding da, Alter. Hat der Falle schon zwei kaputt gemacht? Oh nein, das Ding wieder. Kein Problem, Kopfschloss. Necromancers. Nicht gut. Take them out before they start raising the dead. Oh. Oh. Gut. Du bist jetzt tot. Er schläft immer noch? Du kack Affe! Jetzt ist er tot, oder? Oh! Das war's für heute. ach da schritt noch einer schnippern 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 ich hasse es ja wenn die zwanzigmal schneller sind als diese sein sollen schnippern schnippern ja genau den habe ich wieder mal nicht getroffen ja heil dich doch mal es gibt nichts schlimmeres außer bastaren zwei ball die jeden scheiß hit treffen jeden scheiß ich treffe auch nicht mehr und 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 Das ist ein Dr. Efrem Schweiger, wenn jemand hört, ich bin alive! Das Wasser aus der Hellstorm in Sardinia in einer anderen Welt! Der Welt, ist ein Raum von Iron, Blut, Fire und Storz, Hydre und Death! Das ist wo er gebaut, seine Stränge, seine Arme! Der Schweiger bringt, seine Feuer! Ha, dieser Mann ist unkillable. Aber was brauche ich denn hier? Okay, hier ist der... den Shit. Mann, geh doch mal hier rum und pack dich nicht immer fest. Die Fotografie von der Master's Defeat. Seems strange. Wer weiß, warum diese Mad Men tun, was sie tun? Das sind die Aktionen derrängten Menschen. Nichts. Ehh. Ähh. Was schmeißt du denn? Na, ich bin da oben. Okay. Ah, wo schmeißt du denn? Und dann, was schmeißt du denn? hallo um einfach zu machen und das geht mir doch mal nach es kommt wieder eine neue kreatur ja 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 Spannende Musik Wir wollen den ganzen buch ausbauen. Wir wollen den ganzen buch ausbauen. Die Farmer-Giants-Buddy. Der Lass mich auch mal hier durch. Oh Ja, ich bin eh gleich tot, ja, 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 Takedown war gerade da, man drückt 20 mal die X-Tasse, was passiert, rein gar nichts. Dein Bastard, im Ernst, kannst du nicht einmal die scheiß Fecke so platzieren, dass man nicht jedes Mal am Arsch irgendwie durchlaufen muss und die ganze Fecke von vorne machen muss, Alter. Ja, wieso packt er da fest? Wieso, meine Fresse, wieso lässt er die Scheiße fallen? Okay. Okay. Well done, plant it and get out of there. Last charge, plant it. Destroy it and get out of there, quickly, before the charges detonate. Allo? Get down here. Allo? Get down here. Allo? Get down here. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Ich schieße zwei Schutze von der Panzerfaust rein und es passiert nichts. Jetzt zaube ich auf dieses Spiel richtige Akrowelle, Alter. Und warum? Weil du diese Pisse nochmal machen darfst. Als du das einmal speichert, dass du die Scheiße angebracht hast. Nein, du darfst den Bullshit von vorne machen. Das ist ja einfach, wie gesagt, meine eigene Mutteranhalt zu befriedigen, Alter. Wozu geben die mir eine Panzerfaust? Damit die Kalle der Dreckswirkung hat, oder was? Gut. Gut. Now plant it on the floor. We want to bring the entire building down. Gut. Armored Giant. Ja. Blast charge, plant it. Good work. Plant the last one and get out of there. Das ist unnütze Zeitverschwendung. Das ist unnütze Zeitverschwendung. Jaaa, meine Fresse. Ich bin doch gleich wieder tot. Ich bin doch gleich wieder tot. fall doch mal um. Ja, fall doch mal um. Hey, was bleibt da erst stehen? Okay. Das war's für heute. Mein Gott! Geh mal, Mami, ein Hai. Ich habe jetzt was anderes gewesen. Tüttel 30 Gegner mit direkten oder indirekten Panzerstreitexeln. Genau, das reicht nicht. Was habe ich gefunden? Ein Doku-Moment. Hatte ich immer wieder aufs Spiel verlassen? Und... An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken in der vierten Mission von Instagram 9. Das heißt, wir haben etwas über die Hälfte abgeschossen. Die Hälfte von 9 wäre Level 4 und dort nach Beendigung des zweiten Kapitels und vor Start des dritten Kapitels wäre die Hälfte gewesen. Haben wir jetzt übersprungen. Und ja, wir werden beim nächsten Mal mit Level 5 weitermachen. Hier in Zombie Army 4 Dead War. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal.